Der Himmel steht nie auf Ich bin von Seminole, Texas Wir haben nun endlich abgeleitet, um etwas zu kommen zu Obers zu singen. Ich habe hier geplant, für den 23. März, 2.25 Pfennig, klags eben zu Obers. Dort sind wir bei der Westside Mennonite School in der Gym. Kann das hier sein, hier ist die Adresse. Aber das für diesen Mord der 23. März, klags eben zu Obers. Bei diesen Gefahren, finde ich, ich hoffe, hier wird sein. Hatte sehen.